Musik Als verlängerter Start der Österreich-Wochen im Hause Käfer die Gelegenheit genutzt, um Ihnen mehrere Premieren vorzustellen. Wollen wir Ihnen zum einen die Kooperation des Hauses Stundberger mit dem Hause Käfer und Ihnen eines der daraus entsprungenen Babys, sage ich einmal, vorstellen. Als zweites haben wir aus dem Hause Schlundberger Kranebieter mitgebracht, als quasi Weltpremiere, wie es auch großmundig in der Einladung angekündigt wurde, die neuen Jahrgänge des Schlundberger Dom, die FXD, der Prestige-QW, und zwar Klassik-Jahrgang 2011 und Rosé-Jahrgang 2013. Diese werden wir verkosten und natürlich dann noch aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannender Bereich, die Kombination, Verkostung von Sekt und perfekte Ergänzung durch entsprechende Speisen. Da hat Johann Laffer uns sechs unterschiedliche Häppchen kreiert. Und jetzt habe ich eine neue Dame, die, glaube ich, Clarissa erlaubt, dass ich die mit nach Hause nehme, Fräulein Sophie, also die geht mit uns auch heim und das ist ein wirklich ganz, ganz spannendes, tolles Produkt. Ja, Herr Kiffer, so kurz nach der Wiesn schon wieder fleißig. Wie geht's denn? Heute geht's ein bisschen schlecht. Das ist immer der zweite, dritte Tag danach, der ist mir so ein bisschen müde. Aber geht weiter und das ist es. Und auf der anderen Seite ist die Wiesn auch so ein Thema, da sammelt man so viel Energie, dass die eigentlich gar nicht aufhört. Wie kam denn die Zusammenarbeit mit Herrn Laffer und mit den Herren zusammen? Das kam natürlich zusammen, dass wir uns einfach einmal, wir haben das große Glück, dass wir mit Herrn Stock einen österreichischen Mann haben, der unseren ganzen Einzelhandel leitet und der sich dann um alles kümmert. Und da war es natürlich schon, der sagt, komm, lass uns einmal gescheite österreichische Woche machen. Und dann kamen wir eben auf die Firma Schlumberger. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wobei wir auch noch das große Glück haben, Herrn Döller, da haben wir auch noch. Nein, Herr Döller, nächste Woche am 15.10., der jetzt kurz vor dem zweiten Stern in Österreich steht, in Salzburg, der kocht nächste Woche im Restaurant. Und es wird dann auch die ganze Zeit immer ein Siebengang-Menü von Herrn Döller geben im Restaurant von uns. Welche Sorte gefällt Ihnen jetzt am besten? Das ist voll an Sophie, das ist für mich jetzt das Perfekte. Hat ja auch einen superschönen Namen. Der Name ist schön, die aufmachen ist gut, aber es schmeckt auch wirklich gut. Und es ist, wie wir es gesagt haben, es ist einfach so eine Alternative zu Sekt, zu Prosecco. Also mehr als eine Alternative, finde ich. Und darum ist es ein Produkt, was ich auch zu Hause haben werde. Ja, wie kam denn die Zusammenarbeit mit dem Herrn Käfer zustande? Ja, ich selbst bin mit Michael Käfer schon seit vielen Jahren befreundet. Wir kennen uns sehr gut. Wir machen auch, um ehrlich zu sein, immer mal einen Urlaub zusammen. Und ja, als dann die Frage kam, dass man das hier präsentieren will, war das überhaupt für mich gar keine Frage. Ich mache das gerne. Gastronomen müssen zusammenhalten und deswegen bin ich heute hier. Welcher der Schlumberger Sektor schmeckt Ihnen am besten? Also ich trinke natürlich wahnsinnig gerne den Dom Rosé, ist so mein persönlicher Favorit. Oder natürlich auch jetzt diesen neuen, den es hier bei Käfer gibt. Grundsätzlich muss ich sagen, es ist eine Qualität, die wirklich besser ist als bei den anderen Sekten. Das ist auch das, was man natürlich erwartet, weil es auch teurer ist als der normale Sekt. Und ich kann nur sagen, die Gäste, die bei mir das probiert haben, die sind eigentlich alle begeistert. Ja, dann können Sie bestimmt auch noch was Bayerisches sagen, oder? Ja, auf jeden Fall Pfiatti. Pfiatti, ja Pfiatti passt ja.